Ja, liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Faint's Row the Third. Ja, ich bin der Daxon und das letzte Mal ging es ja um reichlich Nutten in den letzten Episoden. Schwarze Nutten, weiße Nutten, große Nutten, kleine Nutten, dicke Nutten, dünne Nutten, Apfelkuchen-Nutten. Ja, mal gucken, was uns da heute erwartet. Also ich renne hier ein bisschen irrt durchs Haus, weil ich mir mal die ganzen crazy Bilder hier angucken will. Und das letzte Mal haben wir ja auch diesen schönen SM-Club bekommen. Eine ganz feine Sache, würde ich mal sagen, ist das. Ich muss jetzt gerade mal gucken, in welchem Domizil ich jetzt gerade bin. Weil das kommt mir ja relativ unbekannt alles vor. Also ja, hier haben wir schon mal, ne? Wo wir vorhin beim Thema waren, Nutten. Oh, guck mal hier. Die Privatvorstellung. Ja, scheiße, wo sind wir denn gerade? Hier war ich ja noch nie drin. Naja, ähm, Satisfaction halt. Äh, Helipep, nee, nee, nee. Wir gehen mal runter in die Lobby, wo auch immer wir sind. Und dann gucken wir doch mal, was uns jetzt heute hier erwartet. Wir haben ja schon so viele Nutten gerettet, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Ja, ab zur Garage. Hallo, hallo, hallo. Was, 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 war, 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 war egal. Hallo. Ah, da muss man extra die Tür öffnen. Alles klar. Ja, ich bin schon ein bisschen raus, weil ich habe das jetzt seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, das Spiel. Und ich glaube, wenn ich da kein Let's Play von machen würde, hätte ich das ganze Ding schon längst durchgesichtelt. Das ist ein klarer Auftrag. Sextoys retten. Na, wenn das mal nichts ist, liebe Leute. Aber halt, Moment. Bevor es hier weitergeht, möchte ich doch gern nochmal was checken. Nämlich, 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 nämlich. Wie weit sind wir überhaupt in dem Spiel? Das würde mich mal interessieren. Äh, sieht man das hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, ja. Ne, wir haben doch eben diesen Sextoy-Auftrag angenommen. Wo ist denn der? Ah, da sehe ich doch schon so einen Klaus-Drei. Oh, guck mal hier, auch so ein schöner Kram. Der kommt mir wie gerufen. Der Kompensator. Jaja. Jetzt hältst du mal Ruhe da hinten. Ähm, ja. Wie komme ich denn jetzt? Wir gucken mal auf die Karte. Wo sind wir denn überhaupt? Ich sehe mich noch nicht. Ich sehe nur das, wo wir hier hin müssen. Leather and Lace. Ja, aber wo sind wir denn? Hallo? Äh. Hallo? Wo bin ich denn? Egal, wir fahren einfach mal. Ah, es wird schon irgendwie schief gehen. Komm, wir nehmen mal hier die Abkürzung. Oh, da fahren wir schon wieder. Ach, nee, komm. Halt's geradeaus. Keine Lust hier groß zu lenken. So, und jetzt aus dem Dreiecken Viereck geworden. Das heißt, wir sind wohl auf der gleichen Höhe. Ach, wir sind ja schon da. Guck mal an. Ah, das sind ja... Ach, na, das sei ich gewusst, so. Aber er ist hier mit dem Kompensator natürlich direkt terrormäßig reingefahren. Oh, nee, Raketenwerfer wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Oh, geht doch locker von da an. So, die Alicia Keys nehmen wir noch mit. Ne, das ist irgendein Privat-Fuzzi hier. Oh, der schafft aber auch für mich, oder? So, Leute, brauche ich meinem Team nicht so Flaschen wie dem Pierce da. Ach, jetzt lade ich mal. Oh, Wellen. Da kommen also verschiedene Wellen. Ja, das wird ja noch spannend, würde ich sagen. Ähm, ja, hallo? Und wo sind sie? Der Herr? Die Dame, da ist schon mal eine. Ne, die Oma, die lassen wir noch mal am Leben. Ach, da hinten ist noch einer. Äh, hallo? Nachladen wäre nicht. Vielen Dank. Sind wir da, die probieren, das Auto wegzuschieben, oder wie? Ah, wir nutzen immer die Lücke, jawoll. Da steht noch ein böser Junge. Hallo? Hallo? Gute Frau, also bitte. Ja, ich glaube, so langsam müssen wir die Kops doch mal erledigen. Ui, ui, ui. Ne, ne, ne. Nicht meine Lieblingsfreunde hier. Das mag ich ja überhaupt nicht. Oh, je, dieses Sniper, also das ist ganz schlimm. Da nehme ich mir noch mal... Was nehme ich mir denn mal? Wo ist sie denn jetzt hin? Äh... Da, da, da. Da. Jawoll. Oder irgendwann den Heli doch mal runter. Gucken wir mal, ob wir das Ding kriegen. Da ist er. Ach, dann klappt doch wie am Schnürchen, mein lieber Scholli. Ui, ui, ui. Was war denn das? Oh, der Heli. Ich wurde vom Heli getroffen. Auch eine feine Sache. Oh, Klopapier, hallo. Wo ist das Klopapier eben hin? Ui, ui, ui. Halt. So, Welle Nummer zwei. Oh, das heißt, es kommen noch zwei Wellen. Das ist nur ein bisschen Action hier. Also, wir sind noch nicht durch, liebe Leute. Und ich krieg' nen Reifen an den Kopf. Schönen Dank auch. Oh, meine Saints kommt. Äh, ich muss noch grad in Deckung jumpen. Mir mal wieder den Raketenwerfer schnappen. Gucken, wo der tolle Heli ist. Da ist er. Und dann holen wir den auch nochmal vom Himmel, ne? Ich hoffe, der trifft mich jetzt diesmal nicht. Äh, das, das ist gut. So, und back to the Straßenkampf. Yeah, original. Streetfight. In der Motorrad hat er eben auch... Ne. Gut, Problem hat sich grad erledigt. Was soll ich sagen? In der Motorrad hat er eben auch noch einer gehockt. Und... Da fliegt irgendwas umher. Oh, der lebt sogar noch. Oh, nur nicht mehr, ne? Oh, die dritte Welle überstanden. Warten wir auf Welle Nummer 4 hier. Hallo? So, du machst jetzt nicht hier von hinten mal den Kaspar. Sie auch nicht, junge Dame. Oh! Speck mal hat es wieder hier am Start. Und dann würde ich schon mal sagen... Ja, genau. Äh, was würde ich denn sagen? Wir nehmen nochmal hier den Raketenwerfer. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Und das war nochmal eine blöde Idee. Ich muss mal schnell irgendwo hin. In stille Action. Hallo? Schießt du nicht immer auf mich? Ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich mich nicht so weit entferne. Oh, guck mal, da kommt meine Crew. Sehr gut. Und dann kommt die andere Crew. Aber wer ist jetzt wer? Hallo? Guten Tag. Oh, der Dicke ist kaputt. Nichts wie hin. Jawoll. Der alte Granatenbuch. Er klappt doch jedes Mal wieder. Und weiter geht das hier, ne? Wie? Bitte im Anzug da mal ruhig bleiben. Du auch? Ja, wir haben ein ganz schönes Chaos hier angerichtet. Oh, oh, oh. Guck mal da. Ist wieder so ein toller Heli. 11, nur 1. Ich fand es auch raus. Ich war... So, halt mal still. Nein! Oh, fliegst du denn hin, Kollege? Ach Gott, oh Gott. Der macht jetzt so Special Moves da oben in der Luft. Macht hier einen auf Zauberpilot? Kriegen wir den da nur irgendwie? Da oben hängt er. Mal kommen, wir kriegen mal, oder? Jawoll. So ist das Lied. So ist das Feind. So. Euch noch? Und dann müsste das doch die vierte Welle gewesen sein, oder? Äh. Äh, was war das denn nun? Äh. Schöne Sache. Wie immer, wenn ich Saints Row spiele, meldet sich meine Super Firewall da zu Wort. Und fuscht mir dazwischen. Halleluja, langsam müssen wir da doch gebackt haben. Ach, noch so ein Heli. Ja, war ja klar. Ja, sehr nice. Und da kommen noch so ein paar Opfer, die sich freiwillig melden. Hallo? Was zur Hölle war das eben? Oh, guck mal. Alter. Oh, ich hab mal eigenen Kipp abgeschossen. Ähm. Machen wir es doch einfach. Machen wir es mal so. Liegen wir den auch mal down hier den. Sticken Heiden hier. Hallo? Oh, jetzt wird es aber kritisch. Hallo, 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 hallo. Weg, weg, weg. Ja. Ja, sehr schön. Da kann ich jetzt aber nichts für. Der mit einem scheiß Flammenwerfer, der geht mit Hirsch auf die Eier grad. So, wir flüchten mal grad. Rasch. Hier ums Eckchen. Oh ne, da kommt schon der. Oh, der ist ja alles noch hinter mir. Hör mal, du. Dicker Matz, du. Hau ab. So, haben wir jetzt endlich mal nachgeladen. Hör mal. Da kann ich auch nicht schießen, hier, wenn ich grad renne. Ja, ist gut, ist gut. Wir wissen ja, du bist auch noch da, ist klar. So, jetzt hab ich natürlich jede Menge Scheiße am Hacken. Ein Schuss im Magazin, gleich tot. Sniper am Arsch, ein Typ mit einem Flammenwerfer am Arsch. Da muss doch mal irgendwann, da müssen wir doch mal irgendwas machen, jetzt. Ja, haben wir den jetzt. Ach, der ist weg. Ja, ein Schuss noch, ne. Wie gesagt, jetzt kriegen wir natürlich den Hinblick runter, weil ich meine letzte Munition für den anderen Kasper da verschwendet hab. Boah, Leute, hier, die vierte Welle, die hat's. Nein, da ist der nächste Arsch. Ach, hör da auf. Aber das ist so, also langsam wird's unfair. Bisschen gemein. Bisschen gemein, würde ich sagen. So, wir laden mal rasch nach, da liegt der andere Kadenzmann. Ah, hier, steck mal. Hier, ich seh auch keine Gesundheitsanteile bei dem, ne? Das ist a little bit mysterious. So, der schiebt jetzt die Mülltonne weg, oder wie? Oh, mit einer, der Minigand da. So, den hätten wir. Ja, 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 erst mal den Dicken hier aus dem Weg räumen. Ja, was machen wir mal? Ah, mit der Knarre. Ja, die treffen mich noch. Das ist ein bisschen dünn, wenn ich hier mal einen Finisher mach. Ah, jetzt muss ich da mal schlossen. Oh, hier, was ist hier los? Ja, ich muss gerade mal... Oh, Leute, ey. Ey, das geht mir jetzt hier so auf den Sack, ey. Ui, 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 die treffen mich die ganze Zeit immer noch. So, jetzt... Nein, da ist auch noch einer. Ich hab keine Ahnung. Was willst du? I need energy. Ui, ui, ui. Erstmal den hier, der ist allein. Direkt nachladen. Boah, Leute, ey. Das wird aber jetzt eine kritische Sache hier gerade. Gut feststellen. Ja, ja, ist klar. Alter! Sag mal, hier habt ihr auch nicht mal, oder? Ihr seid auch nicht mehr ganz knuscht beim Kopf. Ja, wann ist... Ah, wir haben es, wir haben es, oder? Haben wir es? Ne, Verbesserung war das irgendwas. Boah, wir haben keine Munition mehr für die Knarre. Nein. Ja, mit Gummi-Dindu hier rumrennen ist auch ein bisschen dünn. Ja, dann müssen wir es halt mit der guten Knarre hier machen. So, jetzt ist aber hier, hallo. Boah, mir geht der Arscht gerade so oft runter, Leute. Ey, wir müssen die vierte Welle doch langsam mal geschafft haben. Was geht denn da? Und dann müssen wir entkommen, oder habe ich irgendwas verpasst, oder wie, oder wat? Weißt du was, schau jetzt einfach ab. Das wird mir ein bisschen zu heiß gerade. Geht er da hoch. Hallo, renn, 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 renn. Oh, jetzt hängt mir hier an der Mauer fest, oder wie, oder wat? Ja, die treffen mich hier aus dem fahrenden Auto, klar, ey. Ja, guck mal, habt auch so tolle Fahrer über den Pierce. Ach, jetzt kommt der nächste Heli. Ach, nee, hat er auf. Macht doch keine Dinger. Also, soll ich mich da drin jetzt verstecken, dann häng ich in der Sackgasse. Das wäre nicht gut. Ähm, da ist irgendwas mit dem Herz auf der Minimap. Was ist das denn? Äh, ach, ich kann klettern. Ach, wie geil. Das ist ja nice. Oh, Fettsack. Ach, hier, das ist so eine Klinik. Starten wir als Korte. Ja, als Korte weiß ich nicht. Das ist jetzt alles ein bisschen... Unprallig, möchte ich mal sagen. Siehst du, wie ich es geplant hatte? Guck mal, den Kopf hier haben sie genommen. Und dann schießt er, kommt natürlich auch mich, oder was? Ja, ist klar. Ui, ui, ui. Hallo? Ey, Leute. Sag mal, ich muss mit der blöden Mission auch langsam mal fertig sein. Ja, genau. Der macht mich jetzt kaputt. Ist klar. Ist klar. Sag mal, irgendwie hab ich da was verrafft, oder? Oh, nee. Ach, hör doch. Muss ich doch nochmal den ganzen Mist machen hier. Das ist doch... Ja, wo geht's denn jetzt hin? Ach, keine Ahnung. Warte mal, da war da was mit dem Panzergrad. Hatten wir das nicht schon? Müssen wir das noch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ah, komm. Das war eben so frustrierend. Ich war nochmal eine Runde Panzer. Aber... Ja, geht immer. Panzer fahren geht immer. Ne? Ja, das ist jetzt eine tolle Sache. Sorry. Ja, das war, glaube ich, ganz schlimm. Ich glaube, ich habe ja hingeschossen. Da steht auch noch so ein Trupp. Ah, mir holzt es doch einfach mal da rein. Das sieht doch alles ganz gut aus. Solange hier das Geld auf unser Konto rasselt... Ne? Ist das eine gute Angelegenheit. So, was ist hier denn jetzt? Da hinten sind noch welche. Da waren noch welche. Ja, ja, ja. So gehört sich das. So. Ach, hinter mir sind welche. Alles klar. Dann dreh ich nochmal rasch um hier. So, Leute, wo seid ihr denn? Machen wir mal ein paar Autos platt hier. Oh, die Kops hier. Die Robo-Kops. Da nehm ich auch noch mal mit. Oh, Möpse. Also, wir haben gar nichts draufschießen. Hallo, schiebt ihr die Bigga-Butter. Da war. Das war das geile Latte. Hallo, wie? Hinter mir? Mr. Robo-Kops. So nicht, ja? Also, von hinten, das mag ich ja mal gar nicht. Ja, 22er-Kombi. Die darf man sich nicht abreißen. Dann müssen wir noch ein bisschen Randale machen. Da hinten sind noch welche. Ich darf die Combo nicht unterbrechen. Das ist ganz wichtig. 66er-Kombi. Ach, das ist, äh, eine Prostituierte. 80.000 gesamt. Ja, das ist doch mal eine feine Sache. Oh, 250.000 müssen wir erreichen. Ja, 223 haben wir jetzt gerade. Ja, dann machen wir noch ein bisschen was kaputt hier. Zum Beispiel so ein Puzzle. Ne? Wenn sie das schon so freiwillig da bietet. Oder noch einer. Weil so schön war. Oh, und das war's. Wie? Ach, ich verkack's ja heute. Volle Kanne. Äh, ja. Kriegen wir besser hin, würde ich sagen, ne? Starten wir doch mal eine schöne Kombi hier. Oh, da kann man auch einfach drüber fahren. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja, dann ziehen wir die Kombi jetzt mal ein bisschen länger durch. Ich weiß noch nicht genau wie. Ah, da kriegen wir hin. Da kriegen wir hin, Leute. Da kriegen wir... Da kriegen wir definitiv zu finden. Und müsste eigentlich nur die Dauerfeuertaste flippen. Hier noch ein paar Autos in die Luft schieben. Ein paar gegnerische Gankbefeeder. So wie die Kante da. Bei dem Puff noch ein bisschen hochjagen. Ah, hier muss man einfach nur auf das schließen, was hier irgendwie rumsteht. Ne, so klappt das. So, dann nehmen wir die noch mit. Oh, die Plausen sind jetzt auch böse gesonnen. Jawohl. Nehmen wir auch noch mit. Da, Auto mitgenommen, noch ein Auto, noch ein Auto. Und die Polizisten haben auch noch gerade mitgenommen. Ah, wunderbar. Was haben wir für eine Kombi? Die sind jetzt nicht schlecht gerade die Kombi. Da haben wir eben schon was Besseres gewonnen. Weiß nicht, wo dran das liegt, dass die jetzt so schlecht ist hier. So, die war gut. So, die Reparatur kommt. Ach, guck mal an. So, einer war da auch noch unterwegs. Ja, das dauert jetzt natürlich bis... Ah, das war es schon wieder. Ne, das war es diesmal. Aha. Alles klar. Da haben wir wenigstens beide Sachen geschafft. Das war nicht viel. Das war auch nicht viel. Äh, ja, das... Du hast einfach... Ja, ja, ja. Dasselbe wie immer. Blablabla. Blup. Ja, Leute. Also das hier mit dem Shop, das hat hier überhaupt nicht geklappt. Wo war denn der Laden, der tolle? Leather and Lace. Ja, ein bisschen blöd gelaufen, würde ich sagen, ne? Äh, oh, Noten haben wir erstmal genug. Komm, Cyberfund, klingt mal ganz gut. Aber wir sind wieder direkt am Start, wo wir alles kaputt geschossen haben. Au, 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 da renne ich hier gegen die Scheibe. Das ist ja... Der Typ ist irgendwie rausgesprungen und der es gesehen hat. Alles klar. Ja, alles verstanden. Irgendwas mit Kisten, ne? Oh, die nehmen wir mit. Oh, hier, Officer. Ich brauch Hilfe. Hier gibt es nicht so Kinsies Versteck. Ah, das kriegen wir noch hin, ne? Ja, das kriegen wir noch hin. Zeit läuft zwar gnadenlos gegen uns, aber ich glaub, so Kinsies Versteck, das schaffen wir noch. Ah, ja. Straßen sind frei. Aber wie, da sind noch dreieinhalb Kilometer. Das ist aber schon noch ein bisschen. Naja, naja, naja. Bisschen Sightseeing hier. Hallo, fahren wir nicht ins Auto. Danke. Ich fahr auch nicht gegen die, äh, Straßenbarriere hier. Dann kriegen wir das doch irgendwie hin. Dann kriegen wir ihn. Knapp verfehlt. Nehmen wir auch noch mit. Oh, der kann, der zieht ja auch nichts hier vom Spektor. Das ist, äh... Die Leistung ist arschdünn, muss ich mal sagen hier. Da schlaf ich ja gleich ein. Boah, ist das boring. Das ist echt boring. So langweilig hier. Eigentlich muss ich gar nicht lenken, gell. Ich muss nur Gas geben und hier in der Mitte irgendwie durchkommen. Ja, knapp verfehlt gibt's bei dem Tempo auch nicht. Das ist viel zu lahmarschig, was wir hier abziehen. Und können wir im Rückspiegel gucken, ob meine Frisur noch sitzt. Ganz wichtig hier. Hallo. Ach, wenn ich's nicht so eilig hätte, ne? So, hier rum. Gibt's jetzt Matchen? Wir fahren halt so ein paar Meter. Ach, Kinder, Kinder, Kinder. So, jetzt aber hier durch. Jawohl. Und da nochmal ein bisschen. Ach. Kurz war ich für zwei Sekunden wach. Ne, ich bin gerade wieder wach. Ne, doch. Ne, ich schlafe doch wieder ein. Boah, das ist hier die Kutscherei. Also manchmal ist das echt ein bisschen lästig. Straßenfähiger sind auch wieder im Einsatz. Ja, wir lassen nochmal die Reifen glitschen. Jawohl. Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich bei dem Einsatz da vorhin so verkackt hab. Ich hab mich doch so gut den ganzen Wellen da erwehrt. Komm, Dicker macht schon der Gas. Sack, hab's eilig. So, Hinterhof-Action oder wie oder was? Backyard-Brawl oder was ist angesagt hier? Äh, hallo? Sackkasse? Ne, da. Ah, da! Garage oder wie oder was? Ja, ja, ja. Wir gucken mal. Ja, Garage. So, ich weiß nicht, was ich gerade aus der Kapitivität will, wollen wir es leben ein bisschen mehr. Nicht wirklich, ich liebe Leute. Oh. Okay, so, do you have anything on the Deckers? Not yet. Okay, dann, was hast du schon seitdem du rauskriegst? Power-Leveling. You're killing me, Kinsey. Ich kann nicht helfen, dass ich die Deckers runterkriegte, bis ich weiß, wo sie sind. Also, ich schreibe ein Programm, das schraubt die User's physische Location, während sie logger. That's... awesome. Just play the damn game and I can pinpoint where the Deckers are in real life. And now we're talking. Ah. Ja, jetzt bin ich jetzt wirklich schlauerlich. Oh. Hallo, was ist das denn bitte für eine abgedrehte Scheiße? Also Firewalls ausmeißen, muss ich auf irgendwas schießen? Äh, ich raff's jetzt überhaupt nicht grad. Also ich muss mich jetzt wohl grad in den ihr System hoppen. So, die blauen Dinger muss ich irgendwie treffen. Oh. Und das andere gibt Abzug hier, diese Feuerdinger. Das gibt Abzug und die blauen Dinger geben Zeitbonus. Und ich hätte so was raffen würde. Ach, Kinder. Ihr habt zu viel Tron geguckt. Of course. Cool. Ja, wenn ich jetzt... Ach, ich seh gar nichts, Leute. Das ist, das ist, äh, grad glücklich hier. Äh, hä. Alles klar. Falsch richtig, fahre ich falsch rum? Ich hab keine Ahnung. Falsch richtig rum? Leute, ich hab keine Ahnung, was machst du hier? Ja, ich war auf jeden Fall richtig, weil die Zielanzeige, die Meta-Anzeige wird... Ne, jetzt wird's zu mehr. Oh, jetzt wird die Zeit knapp. Äh. Ja, das war nix. Ja, müssen wir besser machen, müssen wir besser machen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ganz ruhig lautet, ganz ruhig. Bin bei euch, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, klappt das, klappt. Jetzt auch, als ob ich ihn so schwamm muss. So, irgendwie hier was einholen. Ne, doch nicht. Keine Ahnung. Wir haben mich diese blauen Dinge da irgendwie erreicht. Aber diesmal bin ich vorbereitet, liebe Leute. Mich kann nix entschüttern, außer hier, wenn ich zweimal, ja, Zeitbundes abgezogen bekomme. Das ist auch schon assi, ey. Vor allem dann, weil du an der Decke nicht langfahren kannst. Es sollte, glaube ich, eher die Innenbahn fahren, die ist ein bisschen kürzer. Ah, quergestellt. Nein, fahr doch, fahr doch. Zeit, 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 fahr, fahr, fahr. Oh, Leute, Leute. Nein, wer schießt? Ach, gut, ich hab's bekommen. Ich dachte, irgendeiner schießt mir da den Zeitpunkt weg. Oh, das ist nix. Ich glaube, wir sind vorhin auch eben in die falsche Richtung gefahren. Ja, wir sind eben in die falsche Richtung zurückgefahren. Scheiße. Äh, hallo? What now? Ja, war's doch. Also. Kein Ding. Kein Ding, ihr Leute. Kein Ding. Ja, wir kassieren nochmal 2000 Cash. Kriegen nochmal ein bisschen Respekt. Und, ja. Kritikskontrolle. 197 pro Stunde, obwohl wir nur 4% haben. Keine Ahnung, warum. Äh, Amokfahrt. Du hast mehr von der Amokfahrt aktiv. Freigeschaltet, ich hoffe, ich kann nach. Wo du siegnen kannst. Ja, ist klar, wie immer. Irgendwas freigeschaltet, irgendwas kann man finden. Und, liebe Leute, ich würd sagen, Das war's für heute. Ähm. Ja. Bisschen chaotisch heute, ne? Erste Mission verkackt, zweite Panzermission auch verkackt. Dann die Panzermission geschafft und die Amokfahrt auch verkackt. Also ein bisschen mehr verkackt, als eigentlich gut gemacht. Aber irgendwie haben wir doch noch was gerissen, liebe Leute. In der halben Stunde, die wir jetzt hier fast verbracht haben. Deswegen würd ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Viel Spaß beim Zocken, ihr wisst es. Und, ja. Viel Spaß. Euer Dachshorn. Bye, bye. Macht's gut.